. 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 Unglaublich, was ich hier abspiele. Kann man doch nicht, würde ich gerne. Es war eine super Nacht, war fantastisch. Du hast ja hautnah miterlebt. Wir haben eine wunderbare Feier gehabt. Wenn ich mich erinnern könnte, wäre es sehr schön. Aber du weißt doch, das ist ja sehr gut. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen von gestern. Ich wollte in Ruhe mein Buch lesen. Und da wir auch immer dieselben drei Lieder hören, bin ich immer ganz froh, wenn das ein bisschen weiter entfernt zu mir schaltet. Hallo Frau Eia, 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 Eia. Wir waren bei den Italienern und haben uns da gut gehen lassen. Dann sind wir bei der Players-Party gewesen und haben es noch besser gehen lassen. Auch, dass heute Nacht nur Wasser und Brot gab. Wasser und Brot gab, ja. Ja, stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe es mir als Kind schon ausgemalt. Aber es übertrifft meine Erwartungen noch bei weitem. Das Gefühl, dass wir das geschafft haben, ist einfach immer noch nicht zu realisieren. Alle Spieler fertig? Ja. Okay, dann geht es raus. Ich traue mich nicht. Der Präsident ist auch dabei irgendwo? Der Präsident kommt nach dem letzten Spieler. Danach Co-Trainer und Trainer. Also Trainer starten. Und dann die Sinnflut. So. Mal gehabt. Nöngel. So. So. Wie will das so wiedersehen? Vielen Dank.